Ist das das schnellste L3 gerade in GTA? Denn Rockstar Games hat heute ein neues Fahrzeug hinzugefügt. Moin Leute, euer Wombat wieder, AmbaMus und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug aus dem DLC. Vor allem mit dem Video anfangen würde ich euch immer zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich für fast die krassesten Informationen rund um GTA. Aber ich würde sagen, fang nochmal direkt an. Wo findet ihr denn das neue Fahrzeug und was ist das überhaupt für ein Fahrzeug? Naja, das Fahrzeug nennt sich Winnie Easy Rally und findet ihr auf der South Sand and Rears Seite für einen stolzen Preis von 1.835.000 GTA Dollars. Aber ich würde sagen, schauen wir doch mal, was für eine Tuning-Technik alles hier möglich ist. Und ich kann hier direkt sagen, es ist sehr viel möglich. Aber ich fang einfach mal an. Die Stoßstangen bei dem Fahrzeug sind generell lackiert, was ich unglaublich genial finde. Davon abgesehen kann man hier beim Fahrgestell auch sehr viel ändern. Einen kleinen Punktabzug an dieser Stelle. Man kann es aber bei Fahrgestellen, die Radkästen, ich sag es mal, auch lackiert umtunen, aber der Innenraum tunet sich halt leider mit. Beziehungsweise man kann den Innenraum nicht separat tunen. Was ich persönlich hier sehr schade finde, hätte man machen können. Aber egal, nur ein kleiner Punktabzug. Denn Richtung Auspuff haben wir leider auch nur so Richtung 4 Optionen. Auch wenn ich einen Rallye Auspuff optisch sehr cool finde. Das ist irgendwie mal ein anderer Auspuff, muss ich sagen. Der Kühlergrill ist ein bisschen Copy-Paste von Bennys, da mir der Kühlergrill doch sehr bekannt vorkommt. Wie zum Beispiel von LG Retro Custom. Da ist nämlich der Kühlergrill genauso. Aber was ich hier sehr cool finde, ist natürlich die Motorhaube. Denn meine Motorhaube hat ja auch extrem viel Auswahl. Und das Beste ist, Leute, ihr könnt da zusätzliche Scheinwerfer drauf tunen. Und ja, diese Scheinwerfer funktionieren auch. Also endlich mal ein Fahrzeug, wo es funktioniert. Einmal davon abgesehen, besitzt natürlich dieses Fahrzeug auch ein paar Designs. Und ich muss sagen, Designs sind eigentlich relativ cool. Ich werde auch später diese Großbritannische Flagge aufgerüstet haben. Da ich persönlich das hier eigentlich sehr cool finde. Auch wenn der Name britische Einkaufsliste irgendwie komisch ist. Aber egal, was kann man hier sonst noch so tunen? Naja, das Spiel ist umtunenbar. Man kann hier das Dach umtunen, wo man, by the way, auch extrem viel Auswahl hat. Denn man kann hier auch sogar eine Dachbox und Surfbretter dran tunen. Ich habe noch nie einen Rallye-Bang gesehen, der Surfbretter obendrauf hat. Aber na gut, wir sind hier in GTA. Ist natürlich machbar. Aber was natürlich zum Rallye-Fahrzeug gehört, was nicht fehlen kann, sind einmal die Spoiler. Da man hier auch ein paar Spoiler auswählen kann. Die, ich finde, auch sehr gut zum Fahrzeug passen. Aber was zum Rallye-Fahrzeug absolut ein Muss ist, sind tatsächlich die Spritzschutz-Dinger. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen. Ihr könnt bei der Seitenverkleidung auch so Gummimatten runterhängen lassen. So gesehen als Spritzschutz. Ich weiß, im GTA ist das ziemlich unnötig. Aber trotzdem gehört irgendwie mit so optischem Rallye-Fahrzeug. Also ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Aber ich finde, das muss dazugehören. Und natürlich die Fragen der Fragen. Habe ich das Fahrzeug gemoddet? Und natürlich habe ich das Fahrzeug gemoddet. Und falls ihr dieses Fahrzeug haben wollt, dann kommt in meinen Giftcast for Friends Livestream. Aber waren das jetzt schon alle Tuning-Teile bei diesem Fahrzeug? Nein, Leute. Denn dieses Fahrzeug ist tatsächlich ein HSW-Fahrzeug. Das bedeutet, wenn ihr dieses Fahrzeug wirklich zum schnellsten SUV machen wollt, dann müsst ihr nochmal zu HSW. Das bedeutet, ihr fahrt in LSK mit rein und tunet das Fahrzeug da nochmal speziell um. Denn das Aufrüsten zu HSW kostet euch trotzdem nochmal 650.000 GTA-Dollars. Aber was bekommt ihr dafür? Naja, verbesserte Bremsen, verbesserten Motor. Klar, ihr habt das HSW-Design, was ich jetzt nicht so krass finde, ehrlich gesagt. Dafür könnt ihr das Fahrzeug aber nochmal tiefer legen. Und klar, ihr habt hier nochmal Getriebeverbesserung. Und ihr habt Turbo Stufe 3 möglich. Und das macht das Fahrzeug halt unglaublich schnell. Klar, ihr habt noch andere Tuning-Teile wie die Motorhaube oder Spoiler. Aber das sind diese komischen, ich weiß nicht, ist das Teppich-Design oder sowas? Diese Tuning-Teile absolut hässlich. Deswegen, falls ihr HSW-Tunen wollt, dann macht das nur wegen der Geschwindigkeit. Denn die Tuning-Teile, die dazukommen, sind eigentlich generell Müll, würde ich jetzt sagen. Aber gut, Leute, das war es jetzt alles um den Winnie Easy Ready. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like fürs Video da. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao!